Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Spaghetti mit Garnelen und Rucola. Eigentlich sollte Mandelbasilicumpesto mit Tomaten auf Spaghetti zubereitet werden, die beste Ehefrau von allen meinte jedoch, sie wolle kein Mandelpesto essen. So wählte man denn ein anderes Gericht aus der reichhaltigen Palette von Jamie Oliver, das er in seinem Buch genial italienisch dokumentiert hat, nämlich Spaghetti mit Garnelen und Rucola, Spaghetti con Gamberetti e Rucola. Es ist ein ideales Gericht als Abendessen, weil es kalorienarm und auch die Menge gut dosierbar ist. In Abwandlung zum Original kommt hier mehr Knoblauch zum Zuge und der geriebene Parmesan. Jamie Oliver hatte das Rezept auf der Speisekarte eines Restaurants in einem nicht sehr vornehmen Viertel Palermos kennengelernt. Im Interesse seiner Leser, auch der Deutschen, gefiel ihm, dass die Zutaten auch bei uns problemlos erhältlich sind. Wichtig waren ihm, und sollte auch dem Koch-Wiki-Nutzer sein, das bestes Olivenöl zur Verwendung kommen. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 500 Gramm Spaghetti, Salz und frische gemahlener Pfeffer, bestes Olivenöl, vier Knoblauchzehen, eins bis zwei getrocknete oder frische rote Chilischoten, 400 Gramm Schelte, rohe Garnelen, TK, Schuss trockener Weißwein, zum Beispiel, Grauburgunder, sechs mittelgroße, aromatische Tomaten, alternativ zwei gehäufte Esslöffel Bestes Tomatenmark, Crema Dai Pomodori Seki, Bio-Zitrone, zwei Handvoll Rauke. Folgende Utensilien werden benötigt. Küchenbrett und Kochmesser, Kochtopf zum Nudelgaren, große Pfanne, Standmixer, Zestenreißer oder Zitrusreibe, Zitruspresse, Käseraspel. Zubereitung Die Garnelen komplett auftauen, den Knoblauch schälen und fein hacken. Die Chilischoten zerkrümeln oder ganz klein schneiden, dabei darauf achten, dass die Samenkörner entfernt werden, sonst überwiegt die Schärfe des Gerichtes. Mit dem Zestenreißer oder der Zitrusreibe die Zitronenschale abreiben. Den Saft auspressen, sofern ganze Tomaten verwendet werden, im Mixer mit Schale zerkleinern. Die Nudeln in reichlich Salzwasser nach Packungsanleitung garen. Zwischenzeitlich etwa 3-4 des Knoblauchs und die Chilis in einer Pfanne mit 3 Schuss leicht erhitzten Olivenöls anschwitzen. Sobald die Bräunung des Knoblauchs beginnt, die Garnelen zugeben und etwa eine Minute anbraten. Dann den Wein und das Tomatenmark, Püree untermischen und ein paar Minuten köcheln lassen. Inzwischen sollten die Nudel al dente sein, abschütten, jedoch etwa Kochwasser beiseite stellen. Die Nudeln mit der Soße in der Pfanne vermischen. Den Zitronensaft, die Hälfte des Salates und, wenn die Soße etwas zu dick wird, etwas Kochwasser zugeben. Mit dem restlichen Knoblauch, Salz und Pfeffer abschmecken und auf den Tellern anrichten. Zum Schluss frisch geraspelten Parmesan darüber geben, mit der Zitronenschale und dem restlichen Salat bestreuen. Als Beilagen eignen sich trockener Weißwein, zum Beispiel der Rest des als Zutat verwendeten. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Zitronench